jetzt kommts wie lange hab ich Zeit? na doch einfach dann bist du oben links naja dumm wo steht das? ich seh das nicht ich darf meine Maus nicht oben neben Runde sooo ach da, oh seh ich nicht das ist jetzt am ehesten Gott, so dreidimensional kann ich überhaupt nicht zeichnen so, so, oder? ja nee, egal, auf jeden Fall müsst ihr euch immer nur vorstellen, dass das hier so ich kann jetzt tipps geben, einfach mal ähm hm 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 ne hm Häh, der heckt doch! Ja, was soll der Fugt euch da hacken? Eishockey? Wie heißt das nochmal? Nein! Sträuchholz? Oh, vor die Kacke! Nein! Nein! Loll, guck mal! Wie schreibt man das denn? So, jawoll! Als ob ich noch Punkte bekommen hab und Flo nicht mehr! Ich hab Streichhölzer geschrieben! Ja, ich wusste ja, Streichhölzer ist nicht! Das war voll gut gezeichnet, oder? Ja, mir ist das der Name noch nicht eingefallen! Und Zündholz kann man ja auch sagen! So, Achtung, geht ganz schnell die Runde! Moja! Duna! Baa! Ah! Buburken! Das da. Wie trocken das da. Worte? Ne Vitrine, witti. Packelkacke ne Vitrine. Achso. Das ist doch keine Toilette. Natürlich, das ist kacke. Wow. Das war voll easy. Oh. Ich hoffe, der gleich mal ne Runde, wo der die Wörter selbst nicht kennt. Die sind dann eher am allerbesten. Schon wieder Autobahn oder was? Ich dachte auch. Da. 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 Da4. Wie fällt man das denn? das ist eine deutsche norm in deutschland ist alles genau das haben wir erraten also flog zu oder kommt schon nicht echte wörter die ich gar nicht kenne als das ist eine ganze hand ok ok mhm 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 Hey, das ist doch komplett falsch. Du hast was komplett anders gemalt. Oh, ich bin dumm. Warte. Ich hab mich verlesen, nein. Bist du dumm. Aber als ob ich das geschafft hab. Ich hab mich verlesen. Bist du dumm? Oh mein Gott. Ich bin so Kopf ein und ich denk so, hey wie, da ist nicht alles dran richtig. Und dann seh ich oben so, oh, ein N. Ich denk so, jawohl. Und dann seh ich auch nie auf Knopf gekommen. Wer malt? Danger. Okay. Buh. 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 Wenn du einen damit töten kannst, ist so eine andere Sache. Kann man nicht in TTT benutzen, wahrscheinlich. Ich glaube auch nicht. Ich denke, das ist okay ohne. Das ist easy. Ständer, was? Fega, Mann. Achso. Was ist Fega? Habt ihr noch nicht das Wort Fega gehört? Doch schon, aber... Ja, aber das sagt doch niemand. Ich kenne Fega nicht, Mann. Ich bin der Fega. Bo? Drache. Boah, da reicht mich ja wieder. Es ist so cool, dass du das einrahmst und einen Pfeil drauf machst, aber noch nicht, weil sie erkennen, was das da drin bedeutet soll. Der ist überfordert. Mach doch, was ich da... Bewegen. Hat der dahinter doch schon. Ah, und wir teilen die wieder. Ja. Hey, ich kann alles nicht malen. Oh nein. Ich will nicht sagen, wie viel macht einen vor dem Platz. Versuch es einfach schön zu meinen. Juhu. Ja, ihr habt verloren. Ja, du kriegst ja weniger Punkte, nicht wir. Wäre doch egal. Das kann man alles nicht malen, was da war. Natürlich. Aber du kannst das nicht malen. Und da ist demnach. Das ist so gut, ey. Meine Familie, Haar. Nein. Es sind die lila blau und grau. Ja, du denkst ja von lila. Ja, blau sind die meistens ja eh, ne? Aha. Aha Ah 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 Ne, das kann man nicht einhalten Ruhig, geil, Modela Ich dachte schon, ich hab den Tanz-T Richtig Ich weiß nicht, was es da ist Disco, Disco Ach was, das musst du gerade gezeichnen haben Oh, Danger Aber wie soll ich mir das denn zeichnen? Danger, erklär mir das War, wüsste ich jetzt auch nicht Gemeinde Hey, da hätte ich heute ja gezeichnet Der andere war irgendwie Minze Ja, Minze ist doch einfach Machst du den Kaugummi und den Geschmack nicht Irgendwie sollte ich einfach die einfach annehmen Dann bekomme ich mehr Punkte, weil das ist lustiger Oh ja, gut Aber wenn die schnell raten, kriegen die auch Punkte Aber wenn die schnell raten, kriegen die auch Punkte Warte Das ist so lustig Hagelpilzen Boah, der kleine Fitness, alter Tobi Hä? 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 Das ist hässlich Weiß nicht, ob das für ein Tier sein soll Ich mach einfach noch eins Ich mach einfach noch eins Hä? 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 Das ist hässlich Hä? 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 Das ist hässlich Hä? 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 Das war irgendein und definierbares Tier Das war ein Alpaca Das war ein Alpaca Das war ein Alpaca Das war ein Alpaca Ou Oh mein Gott Viti, ich weiß jetzt schon, du wirst an der Rechtschreibung ein Problem haben Hä, was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist Lungen, warum Lungen? Ninja, das hat mir gut Punkte gegeben, die Runde Was soll ich dazu noch machen, ey Aber finde ich ist auch nicht das leichteste Wort Was ist das denn? Lust! Wie soll man darauf kommen? Hab ich geschafft Oh Gott, oh Gott Vini, warte mal so nicht vier Augen Äh, hab ich mir gemacht, ich bin Schwarzer mit vier Augen Ah, okay Ich bin so ein grüner Ja, guck mal, der hat zwei von mir geklaut Ich hab mir zwei Augen von Ninja geklaut Ich versuche doch mal meine Kindheit zu zeichnen So, da steht es einfach mal wirklich hübsch da Ach so Ja, achso Also ich hab mich, ich hab mich voll 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 Achso, vielleicht, hä? Oh Mal nicht nur drei Tage, erst mal wieder eine Person oder so Mal lieber das, was du da Nee, 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 jajaja Warte, 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 warte So 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 ich weiß nicht wie man das schreit Elbogen 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 – und nicht Elbogen jaout aber ich bin nicht auf Wien Hilfe – ja… auch…. Was ist das? Das ist gut und das Das hier Leute Das ist ein bisschen anatomisch komisch Warum ist da die Hand aus dem Fuß raus? Ja der hat hier nur einen zweiten Fuß Das ist komisch sag ich ja der Typ Alter was soll Hä? Der reißt sich die Kruste ab Kruste Da reißt er sich die Kruste ab Da bin ich nicht drauf gekommen Hä? Aber ich bin so kackt da vorne Die hat den größten Also freu ich nochmal Puh Da Tot Also tot kot Da Ne Wow Wie war neu zu werden? Hä? Das ist was anderes Das Hä? Autopahnen Hä? Gemeinde Hä? Hey, tut mir das denn besser. Oh man, ich glaub, die müssen kranken, was, deren Hände sind so verknotet. Hey. Alter, was, so, hey? Was machen denn die beiden? Was ist das? Hey. Hübschen. Hey, nein. Ratschen. Hey, die, die Junge, die, die Berührung. Da, die würden sich, die beiden würden... Hey, wettwürdig. Burga Muga? Ja, richtig. Ich guck, ich guck, ich guck, ich guck. Wie sollte man denn Pödo Robes? Wollen wir gleich dann hier nach der Runde in den Film gucken? Ja. Ja, auch nach der Runde leider. Muss man im Frühraum. Fertig. Oh mein Gott. Da ist aber ein Daumen runter. Oha. Zahnbust. Boah. Das sieht ja auch sehr... Nasslos, oh Mann. Nassers Daumen. Hey, das ist nicht fair. Ich guck mal, oben die Buchstaben hat und da sind auch schon... SCH irgendwas oder was? Ja, es sind alle Buchstaben da oder nein. Ich guck mal, ich guck mal. Ich guck mal, ich guck mal. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Ja, du willst ja noch wenig schreiben oder so. Ich guck mal, ja. Aber dann hättest du eh die ganze Zeit Grinsen geschrieben. Oh Gott, das Wort ist kurz. Nein, hä? Was? Wieso würdest du den Danger kicken? Wollte ich gar nicht. Wir wollen immer den Namen Danger kicken. Das ist auch keine Absicht, hä? Ich habe keine Absicht. Du kickt mich doch. Jetzt mal. Hä, wie, da kommt da keine Farbe? Achso, und alles da? Das ist doch nicht schwer. Hupe? Hast du schon mal so eine Hupe im Auto gesehen? So, mehr brauche ich eigentlich nicht. Nee, das erkennt man zu 100%. Hecken? Ja, hecken ist... Okay, wir haben jetzt gestanden, Hecken mit CK is close. Oh Gott, Hilfe. Das hatten wir schon. Das nenne ich nicht. Ähm... Oh mein Gott, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nee, passt schon, das kriege ich hin. Na, mach. Das ist richtig hübsch aus. Was ist das? Was geht denn darum? Na, das ist erkennbar, oder? Das kann man schon erkennen, denke ich. Hat man AD. Passt nicht. Scheiß. Autobahn. F4 Buchstaben. Das ist auch nicht. Richtig schwer, eigentlich. Vielleicht auch nochmal Fahrt. Warte mal. Oh! Weht. Ähm, vielleicht, ähm, warte mal, vielleicht könnte ich noch... Weiß ich gar nix. Da gehen auch Menschen drauf. Eine Dipsch... Äh, 4 Wutthorn. War das der Hübsch? Zwei sind da. Ich weiß das nicht. Wir partieren dann so in die Richtung, aber auch in die Richtung. Also so in die Richtung. Kies. Das ist einfach so ein Kies-Block malen sollen. Richtig. Achso, das ist ein... Richtig. Ja. Überleg, was ich nehmen soll. Das sind... Dreigenzige Begriffe. Ich hätte vorhin auch Baum nehmen können. Mach das mit das Recht. Ich glaube, das ist ein Überlegung. Ich hab... Hey, Baum wäre voll einfach gewesen. Ja, eh, Baum hatte ich aber schon. Deswegen habe ich nicht gemacht. Hass. Ach, du hast doch nicht Schlagzahle, oder? Warte mal. Nein, das ist viel zu kurz. Ähm... Hä, wie heißt das Spiel? Äh... Da gibt's ein Spiel? Hä? Hä? Mir fällt der Name auch nicht ein. Der Ninja hat die ja nicht erraten, ne? Ich weiß, was es ist, aber mir fällt der Name auch nicht ein. Hatata. Ich kenne das halt nicht wahr, dass... Alter, seid ihr doof? Hä, das ist dieses Spiel da mit diesen Karten. Hä, das ist das Spiel mit diesen Karten. Ey, Flo, ne? Ja, ey. Kann ich doch nicht wissen. Ey, ich wollte gerade unten noch eine Karte mit so einem X malen. Tretmühle, Alter, was ist das für Wörter? Tretmühle? Danke, Vitali, jetzt weiß ich. Tretmühle, Alter, was ist das für das Wortkugel? Tretmühle? Tretmühle? Ja, ich glaube, das ist... Atem. Was ist das? Autobahn. Autobahn. Ey. Doch, normal ist so komisch, ist es immer, ne? Hat die Malen? Ey, der wird ja in der Räune immer noch auf der Bahn. Das ist normal, in der Räune, wo es normal ist. Das ist normal. Also, ne, passt. In Italien, das war falsch, aber... So ein Orange-Zug... Ah. Wie, wieso ist das denn ein X zu erinnern, was? Hä? Ja, so, glaube ich. Orange-Zug... Hä? Vitali, was... Vitali, du machst nur Angst. Ich wette, das passt gleich so gar nicht. Doch, klar. Das glaube ich auch nicht. Das ist halt echt voll schwer. Hä? Hä? Vitali, was ist denn? Reflexion. Hä? Das reflektiert doch nicht, Viti. Was solltet das? Nein, das ist doch nicht reflektiv. Würde das reflektieren, dann wäre das ja dasselbe. Das war jetzt was komplett anderes, dann auf der anderen Seite. Warum hast du nicht einfach einen Spiegel gemalt? Ja, das wird einfach... Ja, das wird einfach... Ja, das wird einfach... Das war einfach... Das ist überredig. Ihr bekommt solche Wörter, ich war uns lieb. Oh... Ey, Viti, du hast weniger als die Hälfte an Punkten, irgendwie ich. Ich hab' denen aber auch nicht viel besser. Nein. Warum seid ihr so schlecht? Na, Dane und ich sind hier voll die Profis im Spiel. Hä, ich hab' auch schon fünf Tauern. Easy. Easy. Was? Oh Gott, Hilfe. Prost. Was? Hä? Du wohnst doch rein. Pult. Ahh. Naja, das weiß ich immer noch nicht. Lohisch hab ich nicht gedacht. Ich glaub' so logisch denk' ich grade auch nicht. Das ist irgendwie easy. Doch. Ostern. Okay. Kann ich auch Ostereier und so einem Kacke. Ja, ich auch! Aber... Das ist ja jeder aber. Oh, das ist richtig schwer. das ist so ein Hasen, mein Warte, aber ich hab ne E.T. Sooooh Booh Nee Stuhl Oh Gott Was ist das? Was ist das? Das wär irgendwas vom PC Wodka Was sonst? Ah Ah Alter Ähm Komm, machen wir mal der typische Mensch zeichnen Äh Ja, so schön wie immer, ne? Kennt man ja Warum? Ja, so besser, ne? Lustig, wenn man sich eigene Begriffe ausdenken könnte Äh 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 Ne? Äh Äh Um Womit er die, ey? Hä, aber sorry, was... Spion! Hä? Hä? Das ist doch kein Spion, hä? Wette Runde! Aber danach hab ich den gemalt, wo der unten so ein Haus ausspielt. Hä? Loll! Hä? 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 Äh nein, Watzel! Oh... Uiii... Daumen runter... Uiiii... Oh, lieber doch nicht! Bop! Hahahaha... Ich weiß nicht, was ist denn? Mal weiter! Hä? Litty, was isste? Hä? Alter, alle schreiben was anderes. Äh, mit N? Nicht schreiben, Viti Ey, das ist doof Soll ich den Tee malen, Alter? Wieso hab ich das für ein Zeichen, Junge? Ey, nimm mal ein anderes Wort Man wird die dann halt nix sagen, ich habe dabei Spionen auch, dann keine Punkte Soll ich n Tee malen, Alter? Ja da gab's Tee. Komm mal Tee. Tee ist doch viel einfacher. Was? Hey Danger, was ist das? Das ist doch klar. Hä? Das ist voll easy. Ja, voll easy. Ich möchte mich beschweren, das ist nicht korrekt gezeichnet. Hä? Das ist doch voll gut. Das ist nur eine Augenbraue, nicht zwei. Wow, hätte ich jetzt den mit einer Augenbraue zeichnen sollen. Ja. Boah, das ist schwer, denk ich. Nee, nicht gut. Alter. Mist. Autobahn. Ja. Das ist doch sehr gut. Hast du einen grünen Penis oder was? Kannst du nicht zum Arzt gehen? Das hört sich nicht so gut an. Am Aflo. Ich hab'n fetter darstellen soll Ich auch Check einfach grad gar nicht, was das ist Wo? Wo fällt man... Hoppas Soll ich, Leute Flo... Bam Oh Na komm Frosch Heflokse hätte auch gepasst Oh mein Gott So schlecht ist das jetzt nicht gewahlt Wie ist das grüne Teil? Achso Achso Das sind die Füße, das hellgrüne Oh wow Wenn man's dann weiß, am Ende Da denk ich eh immer so Aha Also manchmal Ja Außer bei I-Lativ Ja das stimmt Da denkst du auch bei der Torte so Hä? Da zähl ich jetzt immer noch keine Torte drin Hä? Hä? Nein Autobahn Mülleier Ja ich wollte Mülleier machen Schokrolade, guck mal Schokrolade Ja dann kriegst du den richtigen Schock wenn du die isst Dahinter ist So dann schreibt man aber so Das ist dahinter hier Das ist das hier da Das ist dahinter Das ist dahinter Sieht aus wie ein Hut Das ist dein Hut Das ist dein Hut Das gehört eigentlich so Was ist das? Und das halt dahinter Nix sagen, Simon Ich soll es keine Tits geben Ha? Ha? Was? Was? Ne, passt ja auch nicht Scheiße Äh Was soll denn das sein? Boah Ja, eigentlich ganz simpel Ja Portal Ja, ein Endportal Das ist eigentlich eh voll gut Und oben und unten auch noch ein Portal Du musst das irgendwie mal in Blöcken machen oder so Ja ich hab da halt Wiese gemacht und dann ist man in dem roten Nether da Ich hab mir überlegt, soll ich was Einfaches oder Schweres? Okay, alle drei sind einfach, weil ich bezeichnen kann Haha Kommt hier, da ist wahrscheinlich nicht die meisten Nein, jetzt hat das ein automatisches anderes gewesen Da hat das nicht eine gewisse Person Ja, aber hat eh was anderes Bedingts Bedingts Ah, da wenn ich das mal, da redet eh jeder Ah, Autobahn Boah, guck mal, eure Flare-Profi am Start Das steht mir nicht schnell Er redet schon direkt Ansonsten hätt ich mir auf Gipfel gehabt Jawohl, erster Verdammt Oh, ich hätt das Portal gehabt, dann hätt ich dich eingeholt Aber nice rund auf jeden Fall Ich wette noch mal runter In das ist einfache ich mich nicht aufalyse und ich werde den die Abenteuerung zu dem